Leute, zum zweiten Mal ist es vollbracht, nämlich herzlich willkommen zu dem 5. Reponenten-Special. Ja, wir zocken bisschen Games. Ähm, Dentist Noia. Oh, ähm, wir zocken bisschen Games in unseren 50-Abonnenten-Special. Erstmal danke dafür. Und wir zocken bisschen Games in Minecraft. Schon unterschiedliche, zum Beispiel hier, Cops in Indien, auf der Map Blackhawks-Bersinn. Und wir spielen mit Shadern auf der Version 1.8.1 plus Optifine. Spielen auf 60 FPS mit sonstigen hohen Einstellungen. Und es gibt ein paar neue Reiten auch bei Corpus at Indiens. Zuerst mal sieht man rechts die Leiste, man hat so eine komische Idee, seine Kills, wie viele Kills man erzielt hat. Seine Captures, heißt seine Punkte für das jeweilige Team. Die normalen, also hat die Zeit da oben jetzt in den Minuten und nicht mehr in Sekunden. Und, ja, und dann halt das Ergebnis. So wie immer. So, das sind die Neuheiten. Und wir spielen einfach geil. Und das ist einfach so richtig cool. Ich hab jetzt einfach den Anfang, hab ich ja mit Leute, es ist wieder vollbracht gemacht. Das war aber nur so ein Grund, denn dieser Spruch ist einfach eben im Moment bei euch. Und den wollte ich mir mal ein bisschen wiedergeben mit einem anderen Special, denn vorher war es das Jahresrückblick. Und jetzt ist es das 50-Abonnenten-Special. Und ich find's aber nur so geil, einfach 50 Abonnenten zu haben. Ich find's aber super. Ähm. Von den Leuten her. Ich mach das mal ein bisschen düster, sonst explodieren die euch in meine Augen. Seht doch schön aus mit Shadern, ne? Ja. Können wir uns mit unserem neuen PC auch leisten, auf 50 FPS. Also jetzt nicht sagen, öh, ich hab ein scheiß PC. Shader ziehen richtig viel Leistung. Könnt euch das nicht vorstellen. Hier so, ihr kennt, jeder von euch kennt auch Gronkh. Das ist Standard. Jeder, jeder muss Gronkh kennen. Jeder, der Microsoft kennt, kennt Gronkh. Und generell, jeder, der YouTube kennt, der kennt Gronkh. Und, ähm, wir, äh, dein, dein, sein PC schafft es, ja, auf so 100 FPS. Oder ich weiß nicht genau. Falls einer Düsseldorf als Fall kennt, der hat eine Höllenmaschine und der spielt mit, äh, auch so ungefähr, nein, irgendwie, auch so 100. Nein, dann hat Gronkh viel mehr. Ähm. Der spielt auch nicht hoch. Und wir haben eine AMD-Grafikkarte. Ich weiß nicht, falls sich jemand mit Computerteilen auskennt. Eine AMD-Grafikkarte, also AMD sind, es gibt insgesamt von, äh, Grafikkarten von den höchsten, von den meistverkauftesten, Nvidia und AMD. Wir haben AMD, sieht man vielleicht hier, MMF3 drücken, ganz rechts steht da, AMD Raiden R9 270X würde da jetzt stehen, aber das sieht nur 200 Series. Und, ähm, unsere Grafikkarte hat das 160 Euro gekostet und die ist für Minecraft ausgelegt. Die ist gerade auf 70% ihrer kompletten Leistung angelangt. Das ist überhaupt nicht viel für Shader, aber ich hab sie auch nicht, äh, schneller gemacht. Das heißt, dass ich mehr Leistung ausbringen soll. Siehst du auf der normalen Leistung und so können wir auch vernünftig spielen. Also, bitte Leute, Texturenpack, 65 Pixel, plus hier diese Sachen, plus Shader, das ist heftig. Und dann auf der neuesten Version, ne, dann mit Java 7. Denn Java 7 funktioniert ja nicht so gut wie Java 8. Und, äh, ja, generell geht es jetzt weiter. Ja, wir quatschen nicht mehr, haben wir Grafikkarten, sondern wir schauen einfach mal, nicht mehr ins F3, sondern schauen einfach mal in unser Spiel da um. Läuft's. Oh, dann haben wir schon mal abgeknallt. Da hinten, oh. Jo. Ach ja, man kann ja ab 1.8 den Namen sehen. Es kann auch vielleicht sein, dass im Laufe des, ähm, im Laufe des Spiels, dass dort, ähm, wie soll ich sagen, es zwischen Versionen Änderungen gibt. Heißt, wir spielen zwar mit dem Texturepack, aber nicht mit Shadern. Das liegt ganz einfach daran, dass unsere Shader-Version nur für 1.8 ist. Und ich find's jetzt, äh, viel zu mühsam, jetzt, äh, ne, äh, ne neue Version zu, unterzuladen. Das find ich viel zu anstrengend jetzt, nochmal zu machen. Da hab ich auch generell keinen Bock drauf. Ist nicht anstrengend, aber hab ich keinen Bock drauf. Und, äh, deswegen spielen wir jetzt manchmal mit Shadern, manchmal mit nicht. Da, wo wir mit Shadern spielen können, spiel ich natürlich. Klar. Ach ja, falls jemand Shader nicht kennt, das ist das, was wir jetzt haben. Wir haben einen Unterschied. Ich kann den euch gleich nochmal zeigen, wenn wir tot sind. Oder jetzt. Jetzt haben wir Shaders drin. Jetzt haben wir Shader aus. Das ist das normale Minecraft. Und wenn wir jetzt den Shader reinmachen, sieht das ganz anders aus. Schöneres Licht, schönere Sonne, Wolken, viel besser. Ähm, wir haben Schatten. Das Gras bewegt sich. Hier ist zwar ganz gerade kein Gras, aber wir haben auch Schatten von den Brücken und so. Also, man sieht auch, wie viel Leistung das einfach zieht. Und es ist einfach geil. Ich weiß nicht genau, ob hier auch Gras wächst. Wenn ja, könnt ich euch das auch noch direkt zeigen. Und es könnte auch sein, dass im Laufenden das Video sich mal ein bisschen boost muss. Äh, schon nicht dafür, aber im Moment sind ja sehr viele krank. Obwohl ich... Ja, ich bin halt so ein bisschen krank halt heute geworden. Nur ich will halt gerne dieses Special raushauen. Weil das ist immer nur geil. So, es steht 3 zu 2 für unsere Gegner. Und es sieht so aus, als würden wir verlieren. Es kann aber auch sein, wenn wir mit Shader spielen, ist es wir schlechter spielen, falls mir das so auffällt. Denn mit mehr, äh, so haben wir halt weniger FPS und dann können wir weniger flüssig spielen. Und dann können wir nicht so gut kontrollieren. Maus ist da nicht so besser. Egal, ich will da nicht über Shader. So, da hinten. Ich muss selber mal, äh, ein paar Punkte zu kriegen. Wenn das jetzt eine... Oh, ein paar Bär-Kills. Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit dir, Gero? Äh, hier töten, ne? Hast du schon schon, ne? Komm hier, du Walross. Oder was du ein Skin hast. Oh, die Sonne blendet grad richtig scheiße. Nein. Boah, genug getötet. Nice. Oh, da kommt schon der Nächste. Oh, wir haben den Bogen nicht aus... Gewählt. Ach, verdammt. So, mehr Feine will ich jetzt auch nicht ausgeben. Ich arbeite mich immer so ein bisschen weiter vor. Bis ich den... Oh, meine Augen. Falls ihr das auch grad seht, das ist so heftig. Nein, nicht. So, der geht down. Hä? Okay. Ja gut, hab ich gesagt, dass wir wohl leben. Na, wenigstens haben wir uns jetzt unsere Kills verdreifacht. Hä? Oh. Krass, Alter. Krass hier. So, wir laufen nochmal in die Offensive. Es steht im Moment 3 zu 3. Der nächste Punkt entscheidet. Und in sieben Minuten wäre auch das Spiel vorbei. Aber... Das wird nicht nötig sein. Falls die Zeit abläuft, ist es unschieden. Aber das wird eh nicht passieren. Kommt, hier geht jetzt weiter mich drauf. Oh, ich hab fast keine Feine mehr. Kommt noch einer. Nee, 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 nee. Ach, scheiße. Nein. Wir sind gedeiht. Gedeiht sind wir. So, wir sind schon mal in der Zeichen gezahlt. Von Kills. Hä, was war das denn? Geil. Oh, da ist noch einer. Oh. Oh. Oh, wir müssen... Wir haben das Netz falsch aufgestellt. Bäm, bäm. Warte, warte, warte. Wer hat sich denn getötet? Läuft, bäuft. So, hier. Zack. Zack, ne? Ja, verstehst, ne? Ja. Ja, ich hab wenigstens ein bisschen geholfen. Alter, hab sich grad den Namen... Okay. Der Name hat sich grad auch... Hat da auch einen Schatten. Oder hab ich mir das gerade nur so eingebildet? Na, egal. Äh, hier... Oh, nein. Oh, scheiße. Warte, den krieg ich. Oder den? Wie scheiße bin ich grad mit Bogen, wenn ich Schädern hab? Nach der Runde... ...machen wir ein nächstes Game. So, gucken wir mal hier. Nein. Ich bin so doof. Ich hab grad so... So, Gott. Oh, geil. Komm, der muss doch jetzt down gehen. So, nach vorne. Der ist jetzt down. Nach vorne laufen wir. Wow, alter, kommen die aus der Ecke. Haben die mich überrascht. Krass. Richtig fett gemacht. Boah, es kann auch sein, dass die einfach das normal gemacht haben. So, jetzt ist Nacht. Und jetzt lässt sich das doch viel besser spielen. So, das ist auch Schäder. So, das ist ein Spitzhorn. Einohr und Spitze. Oh, wir brauchen was stärken. Nee, da rein. Da rein. Den juckt mich nicht. Alter, wie man hier das mit Nacht sieht. Krass, das wäre mir auch so richtiges Auge. Yo. Okay. Äh, ich schau mal. Zack, ne? Oh. Ne, 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 ne. Oh, die sehen mich. Die sehen mich auch noch. Die kleinen Wichser. Schnell weg hier. Schnell weg. Oh, jetzt habe ich Partner dabei. Oh, nein. Wir kriegen es nicht hin, Leute. Wir haben noch drei Minuten. Was ist das denn hier? Ja, 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 ja. Weg hier. Bäm, Alter. Bäm. Battles and Monsters. Ich finde die Werbung immer so geil. Jetzt kostenlos runterladen. Sofort spielen. Warte mal, jetzt stelle ich euch mal ein bisschen auf Fell. Falls das was bringt. Nee, bringt überhaupt nichts. Es ist ziemlich dunkel. Das ist jetzt auch doof für's Game. Oh. Ja, ich kann auch geils Spogen schießen. Oh, du bist gleich down, Alter. Drei Schüsse. Nee, vier Schüsse. Drei Mal wird's getroffen. Oh. Oh, nee, jetzt. Das ist mal. Das ist mal Schlau von ihm. Oh, trotzdem habe ich ihn genutzt. Ich helfe mal so im Defensiv. Komm, wir gehen beide drauf. Ja. Wo ist denn jetzt dieser... Da oben. Da ist er ja. Ich versuche ihn mal darunter zu schießen. Oder zu töten. Damit er wieder unten spawnt. Und die Leute den dann nehmen können. Aber wir haben nur noch zweieinhalb Minuten. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Leute, Leute. Ciao, ne. Also, nee. Das müssen wir packen. Komm. Lauf. Lauf doch. Ich nehme jetzt nicht den Speedboost. Das will ich mich nutzen, wenn ich den Leder habe. Also, den... Den Leder oder Leder. Wir dürfen nicht getroffen werden. Der sieht uns zwar eh. Aber juckt mich nicht. Okay, wir nehmen doch. Da. Friss. Ich versuche, ihn darunter zu kriegen. Das war einer meiner Ziele. Jetzt. So. Sneaken. Mal gucken, ob sie uns entdecken. Nee, er läuft vorbei. Komm. Ich gehe jetzt wieder drauf. Alter, wie schlecht ist der denn? Oh, ich habe ihn genutzt. Endlich. Nein. Von uns. Oh. 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 Ach, mein. Ey, wir verlieren das Game noch. Ich sage es euch. Es ist einfach... Aus Prinzip verlieren wir das jetzt. Nee. Na, auf dem Weg noch mal gekillt. Oh Mann, ey. Das wird so scheiße sein. Ich glaube, wir spielen trotzdem flüssig. Jetzt da hoch. Jetzt da hoch. Nein, da ist einer. Ich habe das nicht gesehen. Komm. Runter. Nein. Ja, komm. Das ist nicht mehr zu schaffen. Nicht mehr zu schaffen. Ich habe 15 Kills. Naja. so mittelmäßig, ne. Scheiße. Ja, das Game ist verloren. Jo. No Winner. GG. Unentschieden. Und das war es mit der ersten Runde. Wir spielen jetzt als nächstes Heiden Sieg. Also, bis gleich. So, meine Lieben. Herzlich Willkommen zu der zweiten Runde von 50 Abos Special. Wir spielen Heiden Sieg und sind ein Amboss. Ja, ich konnte nichts mehr auswählen, weil ich gerade schon in die Runde gejoint bin. Hat man gerade auch vielleicht schon gesehen. Ich muss jetzt ein Versteck suchen von einem Amboss, wo man sich gut verstecken kann. Da. Ah. Ja, hier. Gut. Stellen wir uns mal hier hin. Und dann warten wir ein bisschen. So. So, jetzt kommt der Seeker. Und ich hoffe, der entdeckt uns nicht. Oh. Okay, wir stehen auf dem Block. Ich kann doch hier springen. Alter, wie sieht das denn aus? Ich hab Amboss auf dem Kopf und es sieht so aus. Ich kann mich nicht so... Nee, ne. Ich hab mich nicht von oben sehen. Hä? Blocken... Verwissbar. Was ist das denn? Oh, keine Ahnung. Egal. Wir schauen mal, dass wir uns ein neues Versteck suchen. Nämlich... Keine Ahnung wo. Äh, ich will nicht die ganze Zeit hier so rumlaufen. Das ist ja mal ein Schwert, geil. Wir schauen mal, bis zur Chancen. So, da hinten ist er noch. Ich versuchte jetzt ein bisschen zu trollen. Ein bisschen zu trollen. Vor allem, der kriegt doch keinen Down. Der wird gerade getötet. Oh. Oh, wir sind tot. Wir sind tot. Ich wollte den angreifen. Ja, jemand anders tötet den auch noch. Oh, wir haben einen alter Perzen. Scheiße. Dass ich ihn von hinten nochmal treffen könnte. Das wäre geil. So, jetzt sind wir zu dritt. Ne, der andere haut auch noch ab. Oh. Halbster Herz, halbster Herz. Halbster Herz. Ich kann nicht mehr drauf. Ich kann nicht mehr drauf. Sorry, aber ne. Ich kann nicht mehr drauf. Ich versuchte ihn irgendwie zu töten, aber das klappt nicht. Ist er noch hinter uns? Ja. Schnell hier hoch. Schnell hier hoch. 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 Alter, jetzt brauch ich mich wieder schnell mehr. Versteck. Und Regen. Regen, Regen, Regen. Wo ist denn? Hier. Da. Macht es für sich zu meinem Block. Ey, ich sehe nichts. Verdammt. Hier hin, hier hin, hier hin. So, der soll sich jetzt auf die Seite stellen. Schlöch auf die Seite. Gut. So wird werden wir nicht auffallen. Jetzt sind wir noch so das listige Teil da weg. Oh, da hinten kommt schon der nächsten Seeker. Mal gucken, wie wir das jetzt lösen werden. Wir haben noch 94 Sekunden. Oh, in dem Moment waren es noch ganz easy Spiele. Jetzt geht es aber gleich weiter mit Heroes G. Und dann wird es ziemlich schwieriger werden. So. Schauen wir noch mal. Der hat so verstanden. Gut. Fünf Stück sind im Lauf. 70 Sekunden noch. Was können wir denn so machen? Ich weiß es nicht, was wir machen können. Ööö. Hm. Wir könnten die Seeker auslachen. Wir sind jetzt nämlich vollgereckt. Nur ist jetzt nur Haider gestorben. Ne. Einmal ist auch der Seeker gestorben. Geil. No, ist okay. Da hinten ist einer. Jetzt sind wir im Arsch. Können wir töten. Tak. Ich habe uns gerade die schlechteste Verbindung. Geil. Krass. Bei mir werden alles aus einem Strich angezeigt. Nein, er sieht uns. Er sieht uns. Nein. Nein, wir sind tot. Oh nööööö. Achtzehn Sekunden. So ne Scheiße. Vier Werkbänke. Ein Eisenblock. Ja komm. Ja komm hier. Ja. Genau. Ja, nix, GG. No, GG. Alter, wir haben... Ja, komm hier, GG. Nee, ey, kann ich nicht mehr schreiben? Ja, komm hier, ja, komm hier, friss GG, ey. Zehn Sekunden vor dem Nein. Na gut, bis gleich zu SG Heroes. So, herzlich willkommen zu der dritten Runde von 50 Abonnenten Special. Wir spielen ein wenig SG Heroes und ich vote mal für Survival Games 5, ach 4. So, SV 5 hat jetzt One World, äh, was haben denn die anderen so? SG 7 hat 5 Votes, krass. V-5. Everybody slash V-5. Nee, wo die... Ach, komm hier. Vote 5. Vote 5, genau. Ach, aber eh schon zu spät. Wird eh schon Survival Games 7 gemacht und nicht Survival Games 4. Vote 5, geil. Alter. So, jetzt wären wir teleportiert. Our journey is about to begin. So, wir spielen weiter mit Shadern, weil es unser Server hier erlaubt. Schauen wir doch mal. So. In 37 Sekunden geht es los. Und da hinten sind ein paar Drohnen. Weiß ich nicht genau, sind jetzt die Drohnen hier oder die... Good luck and have fun. Schreiben wir doch mal hier... Das heißt, übersetzt für die Leute, die es nicht kennen. Viel Glück und habt Spaß. Okay, es sind Endertruhen. Oh, wir haben hier direkt ein Steinschwert. Soll ich Spawn killen? Weiß es das gibt. Das wäre natürlich geil. Können wir den nach vorne mal? Ah, ne, gibt's noch. Okay. Ne, du kriegst jetzt keine Drohne. Okay, kann man mit dem Schwert nicht öffnen. Ach ja, scheiße. Ist es SG Heroes, ich Behinderter? Ach. Mann. Das ist das ganze Wild Games, Giro. Pisser. Aber richtig Brain-Avker, Alter. Ein bisschen Weizen. Ja, juckt mich nicht. Was ist denn hier? Ne, da geht's nicht runter. Äh, wo? Ah, schlafen wir mal ein bisschen durch die Stadt. Schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Äh, es entwickelt sich. Leute, ernsthaft. Keine, keine, eine coolen Sprüche, ja. Keine coolen Sprüche. Und jetzt. Da, da, da oben. Oh. Ah, das ist gut. Ein bisschen Rüstung. Gefällt mir. Mal gucken, ob wir auch ein paar, äh, Loser bekommen. Als Gegner. So wie der ein Minigame-Folge, Alter. Wieder rumgeleckt hat. So, wir haben noch eine Minute und zehn Sekunden Zeit. Und wir haben nicht viel. Für diese Zeit. Weil ich einfach, ich bin nicht da und das Spiel erstmal, ob ich mir gecheckt hab. Aber jetzt geht's, ja. So, hier schauen wir mal. Hier ist auch nix. Ah, da hier hinten ist was. Ah, noch mal ein bisschen Rüstung. Hätten wir jetzt einen Bogen, dann wären wir jetzt Gewinner. So, das ziehen wir mal da raus. Und noch ein Eisen und ein Stock wäre ganz schön. Plus eine Werkbank. Hätten wir nämlich Eisenschwert. Ist immer geil. Aber wir sind eigentlich schon zur Hälfte mit der Rüstung. Und ein Steinschwert ist ziemlich wichtig. Das findet man fast gar nicht. Und das ist dann sehr, sehr wichtig. So. Wir haben nochmal Sticks, aber keine Eisenbarren. So wie eine Werkbank. Und dann das Zeug funktioniert nicht. Mal einen Helm. So, dann sind wir jetzt fast komplett equipped. Was das betrifft. Und unser Gegner. Ich ziehe das mal kurz weg. Ach, man sieht es nicht, was er... Ah, okay. Das ist gemacht. Man sieht jetzt nicht mehr, was er für Ausrüstung hat. So. Ich weiß... Okay, noch... Okay. Jetzt geht aber was jetzt los. Nicht mehr labern. Oh. Okay. Oh, jetzt haben wir ihn... Jetzt haben wir ihn gecomboot. Komm, bitte, 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 bitte. Ja! Wir haben ihn... Oh. Jetzt. Geh ich ab, Leute. Jetzt geh ich ab. Mit Vollketten. Und in der zweiten Runde. Und eine Werkbank. Ich werd behindert. Eisenschwert. Come to me. Oh, God. Krass. Ich kann mir hier ein bisschen Crap wegschmeißen. Das ist genau das, was wir alles nicht brauchen. Das kriegt ja eh keiner mehr. Alter, krass. Okay, wir sind in der zweiten Runde mit einem Eisenschwerten vollketten. Das ist eigentlich eine richtig gute Ausrüstung. Wir hätten eigentlich noch ein bisschen Eisen gebraucht. Aber wenigstens haben wir noch eine Workbench bekommen. Ach. Hätte ich jetzt nicht dran gedacht. JL Heffern ist die kurze. So, der geht schon mal von anderen. Das heißt, ich... Yo. Atomkraftwerk ist in die Luft geflogen. So, der brennt dann, kill ich ihn direkt. Oder der hat ein Dierschwert. Ruf da. Ja, ich weiß, dass du ein Dierschwert hast. Nee, 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 weg hier. Oh, weg. Nein. Der Safca, den Kill ich. Schon mal zwei Hitze hat er kassiert. Oh. Was willst du denn jetzt hier? So, über die... Ey, wir haben jetzt schon richtig viel HP verloren. Oh, drei Herzen. Ja, komm. Nein, nein, nein. Ach, scheiße. Verdammt. Na, egal. Wir haben auf jeden Fall ein viel... Also, ein bisschen höher, so getötet. Haben wir noch ziemlich gut gekombot, manchmal. Also, gute Runde. Es geht jetzt weiter. Auf deinem neuen Server, nämlich ein paar Games auf Team Mulia. Ein paar, äh, 1 gegen 1 Spiele. Und dafür werden wir jetzt aus den Shedern rausgehen müssen. Nee, dieser Server ist nur für ein 7. Und deswegen... Würde ich jetzt mal sagen. Bis gleich. Hey Leute, herzlich willkommen zu der vierten Runde von 50-Abonnenten-Special. Wir spielen, wie gesagt, äh, ein wenig 1 gegen 1 auf Team Mulia. Team Mulia. So, wir haben dieses Kit. Sind wir in der Warteschlange? Oh, der kann gut Pogen schießen. Äh, wir werden trotzdem hitten. Jo, jo, jo. Er hat sich so genannt, glaube ich, wie... Zombie. Nur Zombie hat sich Lord Zombie genannt. Nein! Ah, wieso haben wir nicht weitergeschlagen? Ich kranke. Egal. Weitere Runde. Äh, der ist da hinten, oder? Ich glaube schon. Ja. Ähm, 16 Pfeile maximal. Das mag ich immer nicht, wenn man eine maximale Pfeile hat. Das kann ich nicht leiden. Weil ich mag Bogen-Duelle. So, dann zub ich mal ein bisschen seine Pfeile ein. Nee, nee. Kriegst mich nicht. Nee, 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 nee. Was? Alben Herzen. Genau. Der hat ja noch ein halbes Herz. So, Nicolation, du bist dran. Du musst jetzt versterben, dass ich zu schlecht bin. Nee, nee. Hier. Kombo. Okay, das war keine Kombo. Komm, ich muss ihn töten, ich muss ihn töten, ich muss ihn töten, ich muss ihn töten. Ja, endlich. Ersten Punkt, nach, in der dritten Runde. So. Chef 3. Okay. Mach ich. Oh. No. No, du kriegst mich nicht. Wetten. Oh, halbes Herz. Autsch. So, weiter geht's. Zack. Der lädt. Hä? Oh, jetzt hat er richtig geleckt. Ja, komm hier. Komm hier, fick dich. Nee. Nee. Oh, Mann. Zeig auf dem Ferzen. Ja, komm. Alter, du hast nur zwei Pfeile. Die müssen hier richtig sitzen. Jetzt zeig ich jetzt mal da hin. Jetzt schon mal verkackt. Ach, Mann, da Dornen. Wie behindert's. Nee, nee. Kriegst mich nicht. Jetzt packt der im Boden rum. Oh. Nee, er ist keine Pfeile mehr, ne? Ja, jetzt brennt er, ja. Er darf nicht ins Wasser. Nein, 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 nein. Yo, endlich. Wer ins Wasser gegangen? Nee, da war, glaub ich, im Wasser. Dann hätte ich nicht mehr gewinnen können. So, zieh mir ein Wasser da. Nee, das da hin. So. Wieder nur acht Pfeile. Okay, nur ein Stärke 1 Bogen. Ich spiele gegen Paluten. Gegen Pompom. Natürlich ist es nicht Paluten. Äh, Paluten blockt nie. Und wir wirft doch nicht Heiltränke auf uns. Ja, komm, mach Peace. Ja, komm, mach Peace hier. Nee. Ja, gewonnen. Hey, Leute. Da gab's grad, äh, einen kleinen Cut. Ich muss grad einen kleinen Cut setzen. Das macht aber von spielerischem Noten nix aus. Der Ende spielt direkt weiter. Und. Wir fangen... ganz easy an. Das hat er schlecht gemacht. Wir kriegen jetzt... Hunger. Aber nichts zu essen. Inventar, das hat er schlecht gemacht, der das dieses... Kit konfiguriert hat. Und das war extra... Nee. Wir kommen hier. Ich hab mir die ganzen Pfeiler ein, du Pisser. Ich werd's gleich einfach direkt drauf gehen. So, hör's drauf. Hier kriegst mich nicht, du Pisser. Nee. Ja, get down hier. Get down! Hier, klein. So, weiter geht's mit dem nächsten Kit. Unendlichkeit nur Bogen. Okay. Oh. Jo. Nee, du kriegst mich nicht. Boah, war das knapp. Ich stell mich mal hier hinter. Er kommt nach vorne. Ich hab' einen Vorteil. Ich hab' mich falsch angekommen. Jo. Er ist down hier. So, weiter geht's. Mit der nächsten Runde. Wir haben einen Schaden getrankt. Ah, hat nix gebracht. Schade. Nee. Oh, das war stark. Krass. Ja. Ja, alter. Krass. Der hat den einfach richtig gut, äh, geworfen. Das war ziemlich gut von ihm. Oh. Der war grad'n bisschen auf K. Ich geh mal hier runter. Ich hab' keinen Fallschaden. Der ist da hinten. Ey. Get down here. Jo. So, und das war's jetzt aber von 1 gegen 1. Als nächstes gibt es auf Gomme ein paar Spiele, nämlich unter anderem Aura, Ender Games, TTT und so weiter und so fort. Hot Potato. Ja, das gibt's dann da. Also, bis klar. Herzlich willkommen zu der nächsten Runde von 50 Abonnenten. Wir spielen ein bisschen Trouble in Minecraft. Ach, was hab ich denn da zusammen? Ähm, auf dem Server Gomme HD. Hier, Gomme HD, Gomme HD, Gomme HD. Auf diesem Server spielen wir. Und, davon gibt's auch einen YouTuber, der knapp 1,1 Millionen Abonnenten hat. Ich glaub, ihr müsst Gomme Server kennen. Das ist wirklich der beliebteste deutsche Minigameserver. Auf jeden Fall. Es geht los. Auf der Map. Ähm. Keine Ahnung. Ich muss jetzt, glaub ich, nochmal... Vielleicht krieg ich's im Laufe der Zeit hin. So, der hat uns erstmal schon das Eisschwert weggesnackt, aber wir kriegen's hin. Der wird uns das nicht klauen. Nein, er wird's uns klauen. Dieser Pisser, jetzt haben wir diese Scheiße runtergefallen. Ja, hier, Inno, ja schön. Der ist Detective. Wie heißt der? Benni. Benni. Benni gibt Eisen. Ja, hier. Das hat wohl unser Eisschwert aber im Wastensinn und es wurde geklaut. Und wir wollen's wieder haben. Oh, hier ist er noch gestorben Oh, das war Solargänger Der war ein Innocent Oh, was ist denn da oben los? Oh, hier ist ein Kampf, oder? Oh, Ula ist gestorben Der war ein Traitor Die sind überall nur Shotguns Ist hier oben nun unser Eisenschwert? Ne Ah, hier sind wir die Gun Nochmal schnell runter zum Tester Da oben wird geprügelt Da oben wird geprügelt Da oben Da oben sind sie Was ist das für ein Randomer? Was? Du hast ein Detektiv getötet Da oben Da oben sind sie Was ist das für ein Randomer? Was? Du hast ein Detektiv getötet Was? Wie habe ich denn mit dem Detektiv getötet? Oh mein Gott Was? Scheiße Egal Es gibt die zweite Runde Also bis gleich So, herzlich willkommen zu der zweiten Runde von TTT Ja, in der ersten Ja, in der ersten haben wir den Detektiv getötet Zeitlupe ist eingebaut Wie wir aber den getötet haben Keine Ahnung wie Aber ja, wir haben es geschafft Und ja So Schauen wir nochmal, wie es sich weiterentwickelt Wir spielen die Map Wallet Wie gesagt, zu dem anderen Weiß ich jetzt die Map So, 0 Los geht's Und Der will nach oben, oder? Ne, will er nicht Ganz Holen wir uns Eisenschwert Jo Holen wir uns Fernkampfhaufen Wäre noch ganz geil Hm Da kommt der nächste Mal, der holt sich das Eisenschwert Ne, ne, ne Ist unser Unser's Unsers Hier Peace Geh weg Weg hier Weg hier Weg Ich trau ihm nicht Ich hab nen Bogen Zielt er auf uns? Egal Gehen wir mal den Tester So, wir sind wieder innocent Innocent Inno Inno Sorry Was ist das denn hier? Steinschwertes Benötigen wir leider nicht Hat der grad Hier Mori Test Oh, ein Traitor Schon mal down? Er verarscht uns Oder sie Ja Ach, das ist ein Bogen Ja Ich hab nen Traitor getötet Ich hab nen Traitor getötet Ich hab nen Traitor getötet Ich wusste sowas von das hier ist Heal, 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 heal Heal Da kommt der nicht raus Ah Peace Ähm Oh, was ist das denn hier? Äh, das da Der Musste sein Oh Ja, er ist ja schon mal angehittet Das ist schon mal gut So, er ist So, gut Ähm Wo war jetzt? Dann ist das Lasse Lasse Test Zack Er Ist So, dann schauen wir mal oben Vielleicht Hacker hockt da irgendwo rum Oben Und Haben wir nur, ah Haben wir immer noch Noch einen Bogen Ich will aber nicht allein da hoch Denn der kämpft da irgendwo Weiß ich ganz genau Ich sneak aber mal hoch Was ist das denn da? Ich versuche ihn irgendwie zu töten Der hat doch Punkte Das heißt, er kann sich hier Heilen Und ich versuche ihn trotzdem zu töten Der oben muss ja irgendwo campen Oh Ist der nicht erschreckt Da oben Nein Halbes Herz Oh, wir müssen ihn töten Da hinten ist er Oh Nein, wir sind tot Aber trotzdem Tötet ihn Bitte Nein Er ist an Fallschaden gestorben Alter, was das sind für TTT-Runden hier Krass Okay Okay Dann noch Ähm Geht's jetzt gleich weiter Mit Eine Runde Hot Potato Also, bis gleich So, mein Leben Herzlich willkommen Zurück Zu dem 50er Ich weiß Ich weiß, dass das jetzt In seiner Geschnitten ist Aber Ich hab ja gesagt Dass wir auch Hot Potato machen Da ist aber niemand drin Und es kommt aber niemand Ich hab 5 Minuten gewartet Also, scheiße Und deswegen Spielen wir erstmal ein bisschen Capture the Flag Ich weiß, dass es die Capture the Flag Series gibt Da wird zwar mit Jeder Als Senator Zocken Aber Ich mein Egal Spielen wir nochmal ein bisschen Eine Runde Egal wie lang sie ist Und Jetzt geht's auch schon los Null Muss ich da nur sagen So Wir gehen in Team Gold Und wir spielen die Map Farm 4 Leute sind im Team Von den jeweiligen Die Map ist halt auch Ziemlich klein Deswegen Klar So Jetzt nehmen wir uns mal hier Das Ganze Zeug So Der ist Noch Okay Das wird schwer werden Oh Warte mal Ich weiß nicht Wie ich das lösen soll Oh Die haben schon einen Bogen Ja Die haben sich komplett Equipped Okay Ich geh drauf Ich geh drauf Ich geh drauf Ich geh drauf 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 Nein Nein Oh Hier Lassen Samen fallen Samen Oh die haben unsere Flagge Das werden sie nicht tun Ja Nein Stirb Ja Geil Okay Jetzt haben wir auch einen Bogen Mit 8 Weizen Und der hat unsere Flagge Aber nicht mehr lange Nein Der darf uns nicht ablenken Der darf uns nicht ablenken Nein 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 Wir haben einen Punkt erzielt Okay Das schaffen wir Das schaffen wir Das müssen wir schaffen Ich begleite ihn Für Sicherheit Der hat aber trotzdem wieder uns Nein Was machst du da Geh doch bitte Du bist der Einzige Der die Flagge hat Was ist das Nein 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 Ja beides gleichzeitig Ja das bringt uns Aber ein Jahr nichts Ja komm Töt mich Töt mich doch Ja komm hier Ja komm Nö Akzeptiere ich nicht Nö Oh Musste ganz kurz aufstehen Sorry Oh da hinten Ist schon wieder Alles am dampfen So hier Jetzt sind die zu zweit Aber wir auch Haha Ha Die sind wohl aufgenommen Oh wir sind auch tot Wollte ich gerade sagen Ne Krieg mich nicht Ne Ich gehe mir mal Zur Pfeilverteidigung Jo Habs Habs gekriegt So Gold hat einen Punkt erzielt Der nächste der den Punkt erzielt Hat gewonnen So ich gehe jetzt einfach mal Ich sterbe jetzt im Kampf Ich habe zwar immer noch nicht Ja doch Ich bin einmal gestorben Ja ich bin einmal gestorben Oder so So ich habe schnell alles auf Gehe ich jetzt zu unserer Bars Bars Genau Auf Bars So scheiße Ne 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 So Get down Ne du kriegst Ja Fallen gelassen So hier Zack 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 Äh die gegründet wird haben wir es alles mal hier hin jetzt hau der macht den Punkt jetzt ja endlich GG so und das soll es gewesen mit den 50 Abonnenten zum Beispiel ich hoffe das ist eine Stunde gedauert hat wenn nicht ist egal eine Runde Capture Flag SG Heroes ähm bisschen eins gegen eins 12 Games war zum Beispiel nicht dabei die klassischen Sachen waren jetzt erstmal nicht dabei trotzdem hat es hoffentlich viel Spaß gemacht ich hoffe das Video gefällt euch und dann bis zum nächsten Mal Leute Tschüssi